In einem kleinen Dorf wohnte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie Rhabarber-Barbara. Rhabarber-Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Daher eröffnete sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara. Natürlich gab es eine Rhabarber-Barbara als Stammkunden. Die bekanntesten unter ihnen, drei Barbaren, kamen so oft in die Rhabarber-Barbara, um von Rhabarber-Barbaras herrlichem Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie kurz die Rhabarber-Barbara-Barbara nannte. Die Rhabarber-Barbara-Barbara hatten wunderschöne dichte Bärte. Wenn die Rhabarber-Barbara-Barbara ihren Rhabarber-Barbara-Barbara pflegen, ging sie zum Papier. Der einzige Warbier, der einen rabbarbarbarbarbaren Bart bearbeiten konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich rabbarbarbarbaren Bart-N-Barbier. Der rabbarbarbarbarbaren Bart-N-Barbier kannte von dem rabbarbarbarbarbaren Raban-Barbarbaras herrlichen Rabarberkuchen und trank dazu immer ein Bier, das er liebevoll rabbarbarbarbaren Bart-N-Barbier-Bier nannte. Das rabbarbarbarbarbaren Bart-N-Barbier-Bier konnte man nur an einer ganz bestimmten Bar kaufen. Die Verkäuferin des Rabar-Babar-Baren-Barbapier-Bieres an der Rabar-Babar-Baren-Barbapier-Bierbar hieß Bärbel. Nach dem Stutzen des Rabar-Babar-Baren-Barts geht der Rabar-Babar-Baren-Barbier meist mit den Rabar-Babar-Baren in die Rabar-Babar-Baren-Barbapier-Bierbar zu Rabar-Babar-Baren-Barbapier-Bierbar.